Unter Ostung versteht man die Ausrichtung eines Kirchengebäudes nach Osten. Verwandt ist auch der Begriff Orientierung. Dies hat vor allem bei frühchristlichen und mittelalterlichen Kirchen Bedeutung. Beschreibung Große mittelalterliche Kirchenschiffe haben oft die Form eines Kreuzes mit einer Längs- und einer Querachsen. Da es von Christus heißt Oriens Orientium Universum Optinet und der Sonnenaufgang als Symbol der Auferstehung galt, wurden die Längsachsen der Kirchen danach ausgerichtet. Der Chor mit dem Altar ist also in der Regel im Osten, der Haupteingang entweder im Westen oder im Norden bzw. Süden. In den frühchristlichen Basiliken in Rom hingegen liegt die Frontseite der Kirche im Osten und die Absis im Westen. Da die Sonne nicht jeden Tag an der gleichen Stelle aufgeht, sind einige Kirchen auf den Aufgangspunkt eines bestimmten Tages hingeustet. Beim Stephensdom in Wien etwa ist es der 26. Dezember 1137. Die Ausrichtung am Sonnenaufgang und damit an der symbolischen Auferstehung war auch zum himmlischen Jerusalem bzw. zum Paradies, das im Osten lag, üblich. Beten in Richtung des irdischen Jerusalem galt aber als unchristliche Besonderheit von einigen Ketzern. Es gibt auch eine Reihe anderer Gesichtspunkte, durch welche die Ausrichtung einer Kirche Richtung Osten beeinflusst wird. Eine Untersuchung an etwa 1400 Kirchen in Nordrhein-Westfalen und Belgien zeigt, dass es keine allgemeine Regel für diese Ausrichtung gibt. Es kommen dafür der Sonnenaufgang zum Tagesdatum des Patroziniums des Kirchweihfestes bei Klosterkirchen auch jener eines Ordensgründers. Besondere Wallfahrtstage oder aber auch die Richtung in Betracht, die durch die Fundamente von Vorgängerbauten aus der Antike oder besondere Umstände des Bauplatzes bereits bestand. Für Marienkirchen ist auch die Ausrichtung nicht nach Sonnenständen, sondern nach besonderen Mondaufgangspunkten belegbar. Den sogenannten Mondextremen, die ungefähr alle 19 Jahre auftreten. Ein weiterer Grund für die unterschiedliche Ausrichtung von Kirchenachsen wird aus einer nicht genauen Messung mit dem Kompass abgeleitet. Soweit überhaupt von einer verbreiteten Verwendung des Kompasses im Mittelalter die Rede sein kann. Waren allerdings dessen Missweisungen bereits bekannt und Baumeister wussten, wie sie sie zu korrigieren hatten. Es kommt vor, dass die Längsachsen von Kirchenschiff und Chor einer Kirche nicht auf derselben Linie liegen, sondern die Achse des Chors um einige Grad von jener des Schiffes abweicht. Dieser sogenannte Achsknick wird darauf zurückgeführt, dass die Fundamente von Langhaus und Chor an unterschiedlichen Tagen vermessen wurden. Woraus sich infolge des veränderten Sonnenaufgangs an diesen unterschiedlichen Tagen Unterschiede für die Ausrichtung dieser Achsen ergaben. Mit genauer Kenntnis des verwendeten Kalenders könne man aus dem Winkel des Achsknicks exakt auf die Tage der Ausmessung und damit des Kirchenbaubeginns und damit auch wichtiger städtebaulicher Daten, zum Beispiel der Stadtgründung von Wiener Neustadt schließen. Kritik dazu wird dahin geäußert, dass diese Methode einen gut erlebbaren Sonnenaufgang an den Tagen der Missung zwingend erfordert. Was nicht allgemein vorausgesetzt werden kann, eine Ostung ist auch bei der Bestattung üblich. Bei Erdbestattungen werden auf vielen Friedhöfen die Verstorbenen so beigesetzt, dass ihre Gesichter in die Himmelsrichtung Osten blicken. Dort im Osten erwarten die Verstorbenen nach christlicher Auffassung am jüngsten Tag die Wiederkunft, das zweite Kommen Jesu Christi. Aufgabe des Ostungsprinzips Schon vor dem Mittelalter war es im Osten üblich, die Kirchen nach Osten auszurichten. Nach dem östlichen christlichen Werk des vierten Jahrhunderts, die apostolische Konstitutionen, sollte das Presbyterium der Kirche mit der Absis und den Sakristein am östlichen Ende gebaut werden, weil die Christen in Richtung Osten zu beten gewohnt waren. In der Mitte stand der Altar und dahinter der Bischofstrun flankiert von den Sitzen der Priester, während die Laien auf der anderen Seite waren. Aber auch im Osten, wie in Tyrus gab es Kirchen mit dem Eingang im Osten und dem Altar im Westen. Während die Heilige Schrift gelesen wurde, schauten alle zu den Lesern, der Bischof und die Priester nach Westen, die Laien nach Osten. Die apostolische Konstitutionen, wie auch die andere Dokumente der Zeit, zeigen nicht, ob der Bischof später auf die andere Seite des Altars ging, um die HL-Opferhandlung zu zelebrieren. Im Westen, vor allem in Rom, herrschte zunächst die gegenteilige Praxis. Alle der frühesten römischen Kirchen hatten, wie im jüdischen Tempel in Jerusalem, den Eingang im Osten, das Allerheiligste im Westen. Für den Priester war es darum, das gleiche Ettorientem oder Versus Populum zu zelebrieren. Erst im 8. oder 9. Jahrhundert nahm man in Rom die Anordnung an, Kirchen mit westlichem Haupteingang und Altar am östlichen Ende zu bauen, wie es bereits in den fränkischen Ländern verbreitet war. Auch die ursprüngliche konstantinische Basilika der Grabeskirche in Jerusalem hatte den Altar im Westen. Auch außerhalb von Rom baute man noch Kirchen mit dem Altar am westlichen Ende und dem Eingang auf der Ostseite, wie in Petershausen bei Konstanz. Bamberg, Augsburg, Obermünster, Regensburg und Hildesheim Kirchen wurden auch nicht auf der Ost-West-Achse gebaut. Bereits im Mittelalter spielten auch städtebauliche Gesichtspunkte eine Rolle. In der Renaissance und vor allem im Barock kam in Europa die Tendenz auf gelegentlich Kirchen als Zentralbauten zu errichten, bei denen keine Himmelsrichtung bevorzugt wird und die Ostung ihre Bedeutung verliert. Die Praxis, Kirchen nach heliometrischen Gesichtspunkten auszurichten, endete um das 15. Jahrhundert. In seinen Anweisungen zum Bau und zur Ausstattung von Kirchen äußerte Karl Borromeus, Erzbischof von Mailand, die Präferenz. Dass die Absis genau nach Osten gerichtet zu sein hätte, fügte aber hinzu, dass, wenn dies nicht möglich wäre, die Kirche sogar auf der Nord-Süd-Achse gebaut werden könne, mit der Absis im Süden. Außerdem könne sie am westlichen Ende sein, wo am Hochaltar gewöhnlich die Messe entsprechend dem kirchlichen Ritus von einem Priester mit dem Gesicht zum Volk gefeiert wird. Auch bei den innerstädtischen Kirchen der Bettelorden, die regelmäßig stadtplanerische Gesichtspunkte zu berücksichtigen hatten. Spätestens aber bei den Kirchen des riesigen spanisch-portugiesischen Kolonialreichs ist das Ostungsprinzip häufig aufgegeben worden. Moderne Kirchenbauten sind nur noch in Ausnahmefällen geostet.